Was viele wirklich interessiert, ist die Wahl der richtigen Schnur. Wann benutze ich welche Hauptschnur? Es gibt, würde ich sagen, zwei verschiedene. Einmal monophile Schnüre und einmal geflochtene Schnüre. Wann benutze ich was? Ich spreche da einfach mal aus eigener Erfahrung. Ich persönlich benutze zum einen von Distanzen bis 150 Meter monophile Schnüre. Monophile Schnüre haben eine gewisse Dehnung. Das heißt, umso weiter ich rausangele, umso verzögerter bekomme ich das Feedback von einem Biss, von einem Fisch. Und alles, was über 150 Meter oder teilweise schon ab 100 Metern kommt immer auf die Situation an, angele ich eine geflochtene Schnur. Eine geflochtene Schnur hat keine Dehnung. Das heißt, ich habe einen 1 zu 1 Kontakt, 1 zu 1 Übertragung von meiner Montage, von meinem Blei bis in die Rute zurück. Zum anderen benutze ich für das Hook and Hold Angeln, egal ob das jetzt 50 Meter sind, das Angeln vor Hindernissen, vor Bäumen, vor irgendwelchen Gefahrenstellen, wo ich nicht will, dass die Fische reinschwimmen, benutze ich auch eine geflochtene Schnur. Fangen wir mal an bei unserer Exocet. Das ist, würde ich sagen, die beliebteste Schnur, eine monophile Schnur in der Dose. Die gibt es in verschiedenen Stärken von 30 oder 0,30 Millimeter aufwärts als 0,33er, 0,35er, 0,37er und als 0,40er. Wann verwende ich welche Schnur? Ich würde jetzt eine dünne Schnur, halt wie eine 0,30er, eher zum Werfen verwenden, auf weitere Distanzen, weil der Durchmesser der Schnur einfach geringer ist und ich damit weiter werfen kann. Und wenn ich jetzt nicht so weit rausangeln muss, ich sag mal, vielleicht bis 80, 90 Meter mit Kraut, mit Hindernissen, ich habe vielleicht ein paar scharfkantige Gegenstände am Grund, wie Muscheln oder ähnliches, würde ich auf eine stärkere Schnur wie die 0,40er zurückgreifen. Eine neue Schnur zum Werfen, eine visuell sehr sichtbare ist die Exocet in orange. Die gibt es als 0,26, 0,28, 0,30, 0,33 und jetzt auch neu als 0,35er. Das ist einfach auch viel für kommerzielle Gewässer gedacht, wo man drei Routen auf sehr engem Raum fischt. Das heißt, die Schnüre liegen alle dicht beieinander und ich kann deutlich besser sehen, wo meine Schnüre sind, falls ich mit einer Routen mal unterdurch, drüber weg oder auch nachts in der Kopflampe die Schnüre eigentlich viel besser sichtbar sind als bei einer Exocet. Ich kann die mal rausholen, das Transkaki, die ist unter Wasser eigentlich fast unsichtbar von der Farbe her. So ein braunes Transkaki, die sieht man sehr, sehr schwer. Wiederum für Gewässer, wo die Karpfen sehr schnurscheu sind oder man nicht möchte, dass man eine auffällige Schnur fischt, ist die Schnur eigentlich perfekt. Also bei weiteren Distanzen, klar, dünnere Schnüre, bei kürzeren Distanzen, Kraut oder Hindernissen eher eine dickere. Genauso jetzt mit der farbigen, die ist wirklich fürs Werfen gemacht, deswegen sehr, sehr dünne Durchmesser. Und für Leute oder Gewässer, an denen Schlagschnüre verboten sind, gibt es eine Taperit. Das heißt, hier sind 300 Meter Schnur drauf und jeweils am Anfang und am Ende befindet sich eine Schlagschnur. Die Schnur geht in eins durch, in dem Fall ist es eine 0,33. Die verdickt sich dann auf 50 Millimeter, also ihr habt keinen Knotenpunkt mehr. Es gibt halt Gewässer, wo Schlagschnüre verboten sind. Da ist diese Schnur perfekt. Die gibt es auch noch als 0,30er Variante, um noch weiter werfen zu können. Und falls die Schlagschnur mal beschädigt ist, ihr zuvoll abgeschnitten habt, spult ihr sie einfach auf eine andere Spule um. Das heißt, sie wird einmal gedreht und ihr habt wieder eine frische Schlagschnur am anderen Ende der Schnur. Zum anderen gibt es die geflochtenen Schnüre. Hatte ich gerade schon darüber gesprochen. Da haben wir eine im Programm, die ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist die Submerge-Schnur. Meine favorisierte Stärke ist eine 0,20er. Die gibt es auch noch als 0,16er. In Kamu gibt es als 300 oder 600 Meter Spulen, je nachdem wie weit man rausangeln möchte. Für die großen französischen Stauseen, Flachland-Stauseen, empfiehlt sich immer, recht viel Schnur auf den Rollen zu haben. Wenn ihr sie zu Hause an den heimischen Gewässern fischt, vom Boot ablegt, auf vielleicht auch nur 100 Meter, 150 Meter Distanz. Dann reicht auch eine 300 Meter Spule. Wie gesagt, die gibt es auch als 16er. Hier ist jetzt nicht mehr viel drauf. Oder fürs Flussangeln, für sehr hindernisreiche Gewässer gibt es das Ganze noch in 30 Millimeter, in 55 Lips. Die eignet sich aber auch hervorragend, um als Lider zu fischen, bei einer Spomb, vor einer Dünnschnur. Ich schalte diese einfach vor diese zum Werfen, um die Route richtig aufladen zu können. Einfach sechs, sieben, acht Meter drauf. Das kann man damit auch gut machen. Oder wie gesagt, halt am Fluss, bei hindernisreichen Gewässern, wo man eine dicke Schnur braucht, wo viele Muscheln vielleicht auch sind, viele Hänger. Einfach eine dickere, geflochtene. Und das Ganze auch nochmal wieder als Orange, die Submerge. Auch hier gibt es eine 16er Variante und eine 20er. Auch einfach für die Sichtbarkeit wieder, Beispiel, große Flachland-Stauseen. Wenn ihr angelt vier Routen raus, fahrt mit dem Motor raus, auch im Dunkeln, ihr seht eure Schnüre einfach viel besser, um sie nicht direkt mit dem Motor einzusammeln. Ihr kommt ans Ufer, könnt die Schnüre viel besser sehen, könnt zwischenher manövrieren. Ist ein großer Vorteil. Das Ganze gibt es auch noch als schwimmende Schnur oder semi-schwimmende Schnur, dass sie nicht sinkt. Weil das sind sinkende Schnüre, sinkende, geflochtene Schnüre. Wir haben noch schwebende Schnüre. Und diese sinken komplett ab. Auch da wieder irgendwie flache Gewässer, viele Raubfischangler sind drauf, da legt sich die Schnur schön auf den Grund. Die Raubfischangler bekommen eure Schnur nicht eingesammelt. An anderen Gewässern, wo vielleicht viele Hindernisse sind, habt ihr eine schwimmende Schnur, die sinkt nicht zum Grund. Also ist in dem Sinne für jeden was dabei. Und ihr müsst so ein bisschen abwägen, was ihr wollt. Wollt ihr eine Mono, die puffert natürlich auch, die fluchten so ein bisschen besser ab. In einer Geflochtenen merkt ihr wirklich alles komplett direkt. Angelt ihr weiter raus, angelt ihr kurz raus. Aber das war mal so ein Überblick. Guck mal, so eine Einschätzung von mir, wie ich meine Schnüre verwende. Und ja, da kann sich jeder für sich die passende Schnur raussuchen. Wie gesagt, monophile Schnüre zum Werfen. Bis zu 100, 150 Meter würde ich jetzt nicht weiter angeln. Angeln auch viele auf weitere Distanzen, kenne ich auch. Aber die Bisse kommen halt sehr verzögert, laufen langsam ab. Lege ich mit dem Boot weit ab, habe eine Geflochtene drauf, habe ich direkt den 1 zu 1 Kontakt. Ich kriege vielleicht Fehlbisse mit. Ich merke sofort, den Fisch kann entgegenwirken, je gegen eine Mono wirklich sehr, sehr langsam anläuft. Also ist für jeden was dabei. Sind wirklich top Schnüre. Ich angel die jetzt über mehrere Jahre schon. Und schaut sie euch einfach mal an, probiert sie aus. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.